Nach Sommer heirat, Mario Götze verrät Familienpläne Privat wie nie. Im Sommer ist es endlich soweit, Mario Götze, 25, und seine Liebste Ann-Kathrin Brömmel, 28, werden heiraten. Eigentlich versucht das Paar. Sein Privatleben zum größten Teil aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, doch mittlerweile kommen immer wieder neue Details zur Hochzeit ans Licht. So stehen zum Beispiel bereits der Termin und die Lokation fest. Jetzt gibt der Profikicker noch eine weitere private Info zur Familienplanung preis. Fußballer-Kollege Matzholz, 29, machte es vor im Januar wurde er zum ersten Mal Papa. Kommt Mario da ebenfalls in Barbestimmung? Dadurch, dass ich auch die einen oder anderen Projekte unterstütze, um Kindern zu helfen, die benachteiligt sind. Würde ich mich definitiv freuen, Kinder zu bekommen und das ist auf jeden Fall geplant, plauderte der Sportler im RTL-Interview aus. Auch seine Zukunftige wünscht sich Nachwuchs, doch ihrer Meinung nach kann das noch ein Weilchen warten. Wir wollen noch viel reisen und viel unternehmen und da passen Kinder gerade noch nicht so gut rein, erklärte sie noch im September im Promiflas-Interview. Bevor die Turtel-Torben-Eltern werden, wird im Sommer aber erst einmal geheiratet. Der private Traum findet im Sommer statt mit der Hochzeit. Nicht kirchlich, ist eine freie Trauung, verrät Mario weiter. Angeblich finden die Feierlichkeiten nach der Fußball-Weltmeisterschaft statt. Das Ja-Wort werden sie sich wohl auf Mallorca geben auf eine Olivenfinca in der Nähe des Örtchens.de mit Akuta.